Yo, let's do it! Alter! Wie sollst du uns in Ruhe lassen? Klappe halten. Mikrofon muted. Das wird bestimmt gleich erschossen. Alter! Das ist doch was. Ja, ich... Mikrofon activated. Was ich denke, sind die Behinderung? Echt? Ja, ich bin so fest genug. Mein Volk. Ich bin so fest genug. Mein Volk. Ja, mich persönlich werden wir das hier vorhauseig festgenommen. Schaut. Komm einfach, das ist nur fest genug. Aber wir machen alles nicht wieder von der Wand wegbegeben und bitte Klamotten anziehen. Wir trauen uns nicht. Auch in Handschellen. Ja, nein, Klamotten. Die hat er ja alle schon weggefragt. 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 Auch in Handschellen ist er unberechenbar. Sie haben ein Eid geleistet. Sie haben ein Eid geleistet. Folgen Sie diesem Eid. Er wollte uns alle misshandeln, das Dreckschwellen. Und auch währenddessen er Handschellen anhat. Er wollte uns jetzt nach... Er wollte uns jetzt nacheinander immer die Boxershorts runterziehen. Und dann gehen ein... Und dann gehen wir uns jetzt hier. Aber alles ganz langsam und quasi ohne Gleitregen. Ja, wir müssen da jetzt noch weiterärztend nicht ins Detail gehen. Ich würde sagen, der Mr. Nice Guy, der muss jetzt einfach... Schau mal, Nastja, weil das kann nicht so gehen hier. Der misshandelt uns hier und das geht nicht. Wir sollen seiner komischen Sekte beitreten, soll ihn anbeten irgendwas. Keine Ahnung. Betet mich an, mein Volk. Betet mich an. Der sagt schon bitte, der ist total verrückt. Der muss in der Sonnen ansteigen. Der hat irgendwas von Harem und sowas zu Harem. Wie... Wie ein IS-Mensch. Betet mich an, mein Volk. Ja, Frau Dr. Mettwurst, die E-Melderin. Ja, Polizei! Ich bin glücklich verhaftet ohne jeglichen Grund. Sie müssen aber dachten, trotz allem, dass er maximal pigmentiert ist, ist er trotzdem noch männlich, würde ich sagen. Ja, betet mich an, mein Volk, betet mich an. Betet mich an. Betet mich auch, ich muss gleich rein, scheitere sich nicht mehr auf. Betet mich auch. Nimm die doch einfach mit. Nimm die doch einfach mit. Ich hab mich nicht getan. Der muss weg. Der muss weg. Der Druck nicht aus. Du hast kein Volk. Du hast kein Volk. Prozent mein Volk ohne Brutto auf wir werden erst die Arme unternehmen dort mit wir werden erst die Arme unternehmen wenn der komische Anführer dahinten im Knast landet noch mal vorhin nicht mehr frei wer hat euch mein Volk er hat 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 es ist da ist es er hat wir kommen wieder schön die Erdnüsse rauspicken wo wo stehst du wo stehst du okay leute alle alle weg alle weg und dann laufen wir dahin wir laufen da hin okay aber erst mal markieren erst mal markieren erst mal markieren also polizei hauptquartier Kavala wie geht alles rein Schiff gehen wieder oh mein Gott und dann stellen wir dich wieder mit erhoben in den Händen und stellen uns zu dich wir stellen uns da jetzt in eine Wand an eine Wand und Schiff geh ja egal 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 hier an die Wand Leute Schiff geh wer steht da vorne allein an der Wand ich? gefesselt warte dann stell ich mich da auch mit ne komm Dicke wir ziehen das durch wir sind alle gefesselt vor allem Könnten sie uns bitte in Reih und Glied hinstellen wir sind jetzt erstmal alle hier festgenommen wer jetzt genau warum jetzt genau und wie viele mit der Begründung dass die auf einem Polizeigelände rumgerannt sind wir haben auch ne Begründung ich habe ich habe stopp 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 hallo hallo hören sie mich hören sie mich ich habe ihnen vorhin gesagt bevor sie weg gelaufen sind und dass ich meine anderen Leute brauche weil wir nämlich genau sieben verschiedene Gene haben und wir zusammen bilden ein großes Megagen und wenn da einer nur fehlt sterben alle habe ich ihnen vorhin erzählt aber sie wollten ja nicht auf mich hören das haben sie glaube ich nicht mir das haben sie einem Kollegen erzählt ja dann müsst ihr zuhören wo ich mit dem wo ich mit dem andern Mr. ja Mr. Nice Guy Gen 7 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 Ey, der denkt, wir haben es mit Bekloppen zu tun, ey. Ohne Spaß. Wir müssen den Vorschlag machen, dass wir sie alle freilassen und sie geschlossen, das Gelände hier verlassen und von mir aus zum Marktplatz gehen. Das ist doch ein Ding. Das ist gut. Wir müssen so lange wie möglich weg. Dann kommen Sie mal bitte in die Mitte, weil ich muss Sie ja noch was fragen. So, darf ich Ihnen denn eine persönliche Frage stellen? Kommt drauf an, worum es sich handelt. Ob Sie behindert sind? Nein, das bin ich nicht. Los, lasst das Gelände verlassen. Los, wir müssen abhängen. Los, wir müssen echt mehr. Los, wir müssen... Los, wir müssen... Auk, 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 auk. Auk, 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 auk. Lassen Sie sich um, bitte hoch, bitte hoch, bitte, bitte. bitte das war ein das wäre auch wer das polizeigelände oh leul oh leul ich komm gar nicht in den Turm ich probier's mal ab oben ins polizeigebäude ganz oben in höchstem Stock ja los lass alle hoch ich bleib mal da dritte hier hallo was haben sie vorhin nicht verstanden ich bin auf dem Weg nach oben wir können auf den Turm kommen wir sind schon auf die Treppe deine, deine wartet hier auf mich alter wer ist gerade in meinem Arsch ich wir sind alle drei zusammen was machen die? boah ist der schlechter kriegt mich nicht getasert hoch 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 ich häng hier wo doch irgendwo irgendjemand mittendrin ja bei mir was machen die denn? geil ich häng bei Stricorn drin aber wo alle runter? und wo springer das? ja ich spring wir sind Mauerfalten 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 ich spring? ich springe ich springe das sieht ja doof aus ja jetzt sieht man ja alle ich bin tot guck mal aber übereinander guck mal gestapelt ey und tot und tot und tot ja guck mal hier perfekt oh guck mal wie sie da mit liegen sanitäter rufen guck mal schwarzer fällt überhaupt nicht im schmutz auf guck mal guck mal guck mal